23. Dezember 24. Dezember 25. Dezember 25. Dezember 26. Dezember 26. Dezember 27. Dezember 29. Dezember 29. Dezember 29. Dezember 29. Dezember 30. Dezember 31. Dezember 31. Dezember Figur ausfindig machen, dann sollst du dein eigener Herr sein. Und ich schenke dir die ganze Welt und ein paar neue Schlittschuhe. Aber er konnte es nicht. Nun sause ich fort nach den warmen Ländern, sagte die Schneekönigin. Ich will hinfahren und in die schwarzen Töpfe hineinsehen. Das waren die feuerspeienden Berge, Ätna und Vesuv, wie man sie nennt. Ich werde sie ein wenig weiß machen. Das gehört dazu, das tut den Zitronen und Weintrauben gut. Und die Schneekönigin flog davon. Und Kai saß ganz allein in dem vielen, meilengroßen, leeren Eissaal, betrachtete die Eisstücke und dachte und dachte, so dass es ihm knackte. Ganz steif und stille saß er. Man hätte glauben sollen, er wäre erfroren. Da geschah es, dass die kleine Gerda durch das große Tor in das Schloss trat. Hier herrschten schneidende Winde, aber sie betete ein Abendgebet. Da legten sich die Winde, als ob sie einschlafen wollten. Und sie trat in die großen, leeren, kalten Säle hinein. Da erblickte sie Kai. Sie erkannte ihn. Sie flog ihm um den Hals, hielt ihn so fest und rief, Kai, lieber kleiner Kai, da habe ich dich endlich gefunden. Aber er saß ganz stille, steif und kalt. Da weinte die kleine Gerda heiße Tränen. Die fielen auf seine Brust. Sie drangen in sein Herz. Sie tauten den Eisklumpen auf und verzehrten das kleine Spiegelstück darin. Er betrachtete sie und sang. Rosen, die blühen und verwehen. Wir werden das Christkindlein sehen. Da brach Kai in Tränen aus. Er weinte so, dass das Spiegelkörnchen aus dem Auge schwamm. Nun erkannte er sie und jubelte. Gerda, liebe kleine Gerda, wo bist du doch so lange gewesen und wo bin ich gewesen? Er blickte rings um sich her. Wie kalt es hier ist, wie es hier weit und leer ist. Und er klammerte sich an Gerda an und sie lachte und weinte vor Freuden. Das war so herrlich, dass selbst die Eisstücke vor Freuden ringsherum tanzten. Und als sie müde waren und sich niederlegten, lagen sie gerade in den Buchstaben, von denen die Schneekönigin gesagt hatte, dass er sie ausfindig machen sollte. Dann wäre er sein eigener Herr. Und sie wolle ihm die ganze Welt und ein paar neue Schlittschuhe geben. Und Gerda küsste seine Wangen. Sie wurden blühend. Sie küsste seine Augen und und er war gesund und munter. Die Schneekönigin mochte nun nach Hause kommen. Sein Freibrief stand da, mit glänzenden Eisstücken geschrieben. St subtpunkt 19 2 2 3 4 4 5 6 5 6 7 8 11 Vielen Dank.